Dies ist ein dringender Aufruf von Amnesty International. Bitte halten Sie sich bereit. Im Chaos der Kriegskonflikte geschieht unendlich viel Leid und Tragik. Niemand wird verschont. Nicht einmal die Schwächsten der Schwachen. Aber wie können wir daran etwas ändern? Indem wir gemeinsam etwas dagegen tun. Dagegen, dass der Hilfeschrei von Familien aus Krisengebieten ignoriert wird. Und auch dagegen, dass Frauen misshandelt und vergewaltigt werden. Besuchen Sie uns auf www.amnestyhilft.at Bitte unterstützen Sie Amnesty International noch heute mit nur 6 Euro im Monat. Amnesty International sammelt und veröffentlicht Beweise und setzt damit die Verantwortlichen unter Druck. Nicht selten begeben sich unsere Ermittlerinnen selbst in Lebensgefahr. Dabei ist Amnesty International absolut unparteiisch. Es geht um die Wahrheit. Alles, damit die Überlebenden endlich Gerechtigkeit erfahren und die Schuldigen bestraft werden. Doch das geht nur gemeinsam. Nur mit Ihrer Hilfe. Bitte unterstützen Sie Amnesty International mit 6 Euro im Monat. Besuchen Sie uns auf www.amnestyhilft.at Nur gemeinsam können wir etwas bewegen. Vielen Dank. Vielen Dank.